Die Covid-Pandemie hat uns seit Mitte März dieses Jahres fest im Griff. Aus diesem Grunde begrüsse ich Sie zum ersten Mal in Form einer Videoreportage. Ich habe es ein wenig mit der Epikität, die gesagt hat, einige Dinge sind in unserer Gewalt, andere nicht. Die Universität hat mich wirklich professionell und persönlich unterstützt, und es hat mich heute, eine Karriere zu erreichen. Die wichtige Frage ist, welche Interpretation dem guten Leben dient.